Nach diesem Video wirst du wesentlich besser über das Lernen fürs Abitur Bescheid wissen, also wie du deinen Zeitplan machen solltest, wie du das Lernen zwischen den Klausuren einteilst, einfach, dass du da bestens aufgestellt bist. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und jetzt geht es natürlich darum, wie können wir dann die ganze Zeit, die uns in der Abiturvorbereitung auch zur Verfügung stellt, wie können wir die denn bestmöglich managen, wie können wir die bestmöglich einteilen, damit wir auch aus unserem Lernen wirklich auch das Maximum rausbekommen. Und da ist das allererste ganz wichtig, ich habe das ja schon, glaube ich, auch in einem anderen Video erklärt, dass du dir unbedingt halt einen Fokus auf die Anforderungen legen solltest. Also es geht nicht darum, was du alles in den Heftenträgen oder so findest, sondern guck dir einfach nur an, was möchtest du gezielt für die Abi-Prüfungen gelernt haben. Und das, was du dir da rausgeschrieben hast, eben aus dem anderen Video, da bitte unbedingt, unbedingt, unbedingt die einzelnen Sachen jetzt eben auch mit einer Zeitangabe versehen. Das heißt, du kannst es vielleicht nicht hundertprozentig einschätzen, aber versuch zumindest grob schätzen zu können, wie lange du für was brauchst. Einfach, damit du irgendein zeitliches Gefühl hast. Dann, was du als nächstes machst, ist, du berechnest als zweites den Gesamtaufwand je Fach. Das bedeutet, dass du wirklich dir eben überlegst, wie viel braucht es denn alles zusammen. Ja, wenn du jetzt in Mathe irgendwie halt, du hast irgendwie 18 Verfahren, die du lernen möchtest, dann sagst du dir, das eine dauert zwei Stunden, bis ich das gelernt habe, das eine drei Stunden, das eine eine Stunde, vier Stunden, zwei Stunden und so weiter. Dann rechnst du eben alles zusammen, um eben zu schauen, wie viel Vorbereitungszeit du insgesamt für Mathe brauchst. Ist natürlich nur eine Schätzung, genau kannst du es nie wissen, aber es gibt dir auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Richtung vor. Und dann vergleichst du das eben auch mit deinen wirklich verfügbaren Lernstunden. Denn das ist dann eben auch der dritte Punkt. Du fängst dann jetzt bitte, ich kann das hier einfach mal aufzeichnen, du fängst dann bitte wirklich bei deiner allerletzten Klausur an. Das ist nämlich das, was alle falsch machen. Nicht bei der ersten Klausur, sondern bei der letzten Klausur. Ja, wenn wir quasi hier, ich hoffe, wir können das sehen, einfach so ein X haben, das ist quasi die letzte Klausur. Ja, du hast jetzt hier irgendwie deinen Zeitstrahl. Wir sind jetzt sozusagen hier und da ist dann im Endeffekt deine letzte Klausur. Und dann hast du ja vor dieser Klausur nochmal eine andere und dann noch eine und dann noch eine. Ja, so sehen vielleicht deine Abiturklausuren aus. Und hier zwischen ist eben vielleicht eine Woche, vielleicht sind da zwei Wochen, drei Tage, wie auch immer. Und jetzt gehst du eben zur allerletzten Klausur und schaust dir an, wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung für dieses Fach. Und guckst dann eben, okay, wie viel Zeit hast du davor, halt vor der letzten Klausur. Und wenn du es dann schaffst, dass du innerhalb dieser Zeitspanne genug Zeit hast, um dich auf diese Klausur vorzubereiten, dann kannst du dir halt auch einfach sicher sein, dass du hier vor nichts für die letzte Klausur lernen musst. Ja, verstanden? Wenn du das dann hast, ist halt perfekt, weil dann kannst du zur nächsten Klausur gehen und schaust dann bei der, reicht mir dieser Zeitraum, also quasi immer von der vorherigen bis zu der entsprechenden Klausur, reicht mir der Zeitraum, um mich für diese Abiturprüfung vorzubereiten. Wenn du merkst, ist der Fall, perfekt, dann gehst du einfach direkt zur nächsten weiter. Wenn du merkst, es reicht nicht, dann überleg dir hier, wie viel Zeit brauche ich über diesen Zeitraum noch hinaus, um mich auf diese Prüfung vorzubereiten. Und diese Zeit, die dann darüber hinaus geht, musst du natürlich irgendwie hier vorne einbringen. Und dann packst du eben Zeit hier vorne mit ein. Und dann merkst du halt eben schon, okay, jetzt habe ich natürlich für diese Klausur nur noch diesen Zeitraum abgezogen von der Zeit, die ich auch noch für diese Prüfung brauche. Und wenn du dann merkst, das geht trotzdem so hin, ja, weil das vielleicht eine ganz einfache Abiturklausur ist, dann passt es ja auch. Wenn du aber merkst, okay, das reicht nicht, ja, das reicht bei weitem nicht, dann musst du da eben auch Teile von der Vorarbeitung für diese Klausur wieder vorziehen. Und dann kannst du eben schauen, okay, wie viel brauche, und dann hast du quasi eventuell ein paar Sachen noch vorgezogen, weil du es eben hinten raus noch brauchst. Und dann kannst du quasi bei der allerersten Klausur, die du hast, dir da eben überlegen, wie viel Zeit brauche ich denn da, ja, wie viel Zeit brauche ich hierfür, und fängst dann quasi bei der Zeit an, plus noch die Zeit, die du aus den anderen Prüfungen davor gebraucht hast. Und so hast du das Ganze dann eigentlich eben perfekt eingeteilt. Das Wichtige ist dann viertens noch, dass du auch Puffe einplanst, ja. Also jetzt, so, wenn du dir das so überlegst, du sollst es natürlich wesentlich genauer machen als hier. Ihr müsst hier jetzt bei mir erstmal nur das Schema verstehen. Das Wichtige ist, dass du dir auch einen Puffer einbaust, weil es wird sicherlich was dazwischen kommen, du wirst vielleicht ein bisschen länger brauchen. Also ich würde euch empfehlen, plant euch so 10 bis 20 Prozent mehr Zeit ein, als ihr eigentlich gedacht habt. Also wenn ihr jetzt irgendwie so mit 10 Stunden rechnet, dann rechnet euch lieber 12 Stunden ein. Wenn ihr mit 20 Stunden rechnet, rechnet euch lieber 24 Stunden ein. Einfach so, damit ihr da Bescheid wisst. Und dann aber noch der allerletzte fünfte Tipp, und das ist das Wichtigste in Bezug auf die Zeitplanung, und zwar plant nicht zu viel. Weil Zeit ist ein Phänomen, was wir Menschen psychologisch sehr schwierig greifen können, und deswegen ist auch Zeitplanung, merkst du vielleicht auch in deinem eigenen Alltag, nie so perfekt, wie wir uns das eigentlich am Anfang immer vorstellen. Deswegen, mach dir einen Zeitplan, das ist wichtig, aber plan dann auch nicht darüber hinaus zu viel oder zu detailliert, weil ich habe lieber viel mehr Vertrauen darauf, dass eben der Druck, der Zeitdruck das Ganze schon regeln wird. Wenn du hier dann merkst, okay, ich komme nicht hin, glaubt mir, ihr werdet schneller lernen, ihr werdet effektiver lernen. Das ist einfach so. Und deswegen macht euch nicht zu großen Kopf, macht einfach einen gewissen Zeitplan, startet dann so rein, und schaut dann einfach, wie es wird. Mehr könnt ihr sowieso nicht machen. Und deswegen ansonsten, was ihr natürlich trotzdem noch mehr machen könnt, ist natürlich unsere Traum-Arbitur-Coaching.com, gerne einfach über den ersten Link in der YouTube-Beschreibung bewerben, wisst ihr jetzt mittlerweile schon. Und ansonsten, denkt dran, ich glaube an dich, wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.